Soda-le-Bastelzeit und heute da soll es mal ein bisschen um Licht gehen. Genauer gesagt um UV-Licht und was man damit so alles machen kann. Wer in der Physik oder meine LED-Videos ein bisschen aufgepasst hat, der weiß ja schon, dass Licht am Ende nichts anderes ist als elektromagnetische Wellen. Wellen, die haben eine Frequenz oder bei Licht, da wird es meistens nicht als Frequenz in Hertz angegeben, sondern als Wellenlänge in Nanometer. Ist aber ähnlich. Diese Wellenlänge oder Frequenz, die trifft dann auf unser Auge und das ist das, was wir als Farbe wahrnehmen. Das heißt also verschiedene Wellenlängen, verschiedene Farben. UV, also ultraviolettes Licht, das nutzt eine sehr kurze Wellenlänge. Und das liegt unterhalb von diesem blau-violetten Bereich. Ist also quasi das Gegenteil von Infrarot. Infrarot kennt man vielleicht von diesen Fernsehfernbedienungen, den alten. Und Infrarot und UV haben erstmal auch sowas gemeinsam. Sie sind nämlich außerhalb vom sichtbaren Bereich. Das heißt, wenn wir drauf gucken, können wir nichts sehen. Aber es gibt dann doch noch einen wichtigen Unterschied. UV hat nämlich deutlich mehr Energie dahinter und das ruft ein paar interessante Effekte hervor. Recht bekannt dürften die sogenannten Schwarzlichtlampen sein. Die werden hauptsächlich genutzt, um fluoreszierende Stoffe anzuregen. Kennt man zum Beispiel aus irgendwelchen Einkaufszentren oder so, wenn da jemand mit der Lampe Sitz und Geldscheine prüft, das ist sowas. Aber auch im Deko-Umfeld sind die zu finden, zum Beispiel wenn er mal in der Disco oder sowas war und weiße Stoffe irgendwie seltsam glühen. Das ist dann Schwarzlicht, also UV. Oder zumindest eine Art von UV, denn UV ist nicht gleich UV. Diese ganzen Deko- und Prüflampen, die sind fast immer relativ nah an diesem violetten, blauen Licht dran. Genauer gesagt zwischen 380 und 315 Nanometer. Den Bereich, den nennt man auch UV-A. UV-A, das kann zwar prinzipiell dafür sorgen, dass man ein bisschen braun wird und hat bei längerer Bestrahlung auch ein gewisses Risiko für Hautkrebs, ist aber ansonsten eher harmlos. Wir wissen aber ja, wer A sagt, der muss auch B sagen. Es gibt dann entsprechend auch ein UV-B. Das geht von 315 Nanometer runter bis 280 Nanometer und das ist schon ein bisschen heftiger. Es macht zwar doch mehr braun, aber hat auch ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko und greift auch direkt das Gewebe an. Und die Folgen von diesem direkten Gewebe angreifen, ja, ich glaube, die kennen wir alle. Das ist nämlich der gute alte Sonnenbrand. Wenn wir die Wellenwängen jetzt noch kürzer machen, dann kommen wir jetzt schon langsam in den Bereich, wo dann Röntgenstrahlung oder später Gammastrahlung anfängt. Aber kurz davor, da ist noch was, nämlich UV-C. Das ist zwischen 100 und 280 Nanometern und ist extrem energiereich. Dieses Licht ist in großen Teilen, wie heißt das schön, mit dem Leben nur mäßig vereinbar. Hauptsächlich, weil die Energie, die da drin ist, auf Proteine und Nukleinsäuren treffen kann und die dann aufspaltet. Das heißt also, das Licht zerstört quasi das, aus dem unser Körper besteht. Und bei kürzeren Wellenlängen von diesem UV-C Bereich, da geht es sogar noch weiter. Da reicht die Strahlung nämlich sogar aus, um in der Luft den Sauerstoff auseinander zu bombardieren. Das heißt also, der Sauerstoff zerfällt in elementaren Sauerstoff. Das ist jetzt nicht ganz so stabil. Das heißt, der rekombiniert sich selber wieder, aber dabei kann auch Ozon entstehen. Und Ozon ist halt ebenfalls etwas, was jetzt nicht ganz so gesund ist. Sowohl UV-C-Licht als auch Ozon sind also nicht ganz so gesund. Am Ende natürlich alles eine Frage der Dosis, aber generell gilt, UV-C will man vielleicht nicht in der Nähe haben. Glück für uns. Unsere Atmosphäre hier vom Planeten, die filtert so ziemlich alles, was UV-C von der Sonne kommt, direkt mal weg. Das heißt also, in unserem Bastelkeller sind wir erstmal sicher. Aber nur weil es UV-C natürlich nicht hier unten gibt, heißt das ja nicht, dass wir die Lampe der Pandora nicht selber anschalten können. Warum sollte man das tun wollen? Naja, UV-C, das zerlegt halt nicht nur unseren Adoniskörper, sondern auch so ziemlich alles andere Biologische. Also auch Bakterien, Viren oder wenn man genug draufballert, auch Pilze. Das ist dann auch der Hauptanwendungszweck von UV-C, nämlich Desinfektionsangelegenheiten, hauptsächlich zum Beispiel in Wasseraufbereitungsanlagen oder im Medizinsektor. Da läuft das Ganze dann unter dem Begriff UV-C, ausgesprochen Ultraviolet Germicidal Erradication oder auf gut Deutsch Ultraviolette Bestrahlung zur Keimtötung. Jo, dabei muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, Licht ist böse. Das heißt also, in den meisten Fällen ist das Ganze in geschlossenen Geräten eingebaut, sodass man davon nichts sieht, auch wenn es halt schön leuchtet. Also, holen wir uns doch mal so eine UV-C-Lampe, oder? Ja, nein. Auch technisches UV-C jetzt nicht ganz so einfach. Wie gesagt, das greift ja so ziemlich alles an und dieses alles schließt halt auch Plastik, Gummi oder viele andere Materialien ein, aus denen wir normalerweise Dinge bauen. Das war lange Zeit insbesondere für LEDs ein Problem. Inzwischen gibt es da welche. Die sind dann irgendwie aus Metall mit speziellem Glas drüber. Und die sind sogar relativ gut, weil LEDs, wissen wir ja, die haben meistens sehr genaue Farben, die sie aussenden können. Und deswegen können diese LEDs genau perfekt diesen Bereich, der zur Desinfektion nötig ist, das wären 260, 265 Nanometer, genau diesen abgeben. Das heißt also, fast die gesamte Leistung, die wir reinstecken, kommt dann auch in den richtigen Bereich raus. Dummerweise sind die aber preislich, naja, eine einzelne LED, die liegt meistens eher so 20 Euro aufwärts. Und da haben wir nur eine LED. Keine Kühlung, keine Ansteuerung, gar nichts. Etwas erschwinglicher, da sind dann Gasentladungslampen. Die sind zwar was hässlicher anzusteuern, weil da braucht man relativ hohe Spannungen von ein paar hundert Volt, aber ist im Prinzip eine ähnliche Technik wie eine Energiesparlampe und dafür gibt es ja auch schon Ansteuerungen. Was man im Hinterkopf behalten muss, die sind meistens ein bisschen breitbandiger. Das heißt also, die sind nicht nur in diesem Bereich, der gut desinfiziert, sondern gehen auch zum Beispiel in den Bereich, der auch Ozon erzeugt. Muss man immer ein bisschen im Datenblatt gucken, wo die sich genau rumtreiben, ob sie viel Ozon, wenig Ozon machen und dann am besten mit seiner eigenen Anwendung abgleichen, ob das dann passt oder nicht. Mit den Lampen muss man aber noch an einer anderen Stelle sehr vorsichtig sein, denn wie gesagt, das ist eine Röhre. Röhre arbeiten üblicherweise mit Gas, wo Entladungen stattfinden. In jedem Fall üblicherweise ein Metalldampf, denn es gibt da so ein schönes Metall, wenn man das verdampft und da Entladungen produziert. Da kommt genau der richtige UV-Bereich raus. Nachteil für uns, dieses Metall ist Quecksilber und naja, ich denke, ist jedem klar, Quecksilber ist jetzt nicht das gesundeste. Das heißt also, wenn so eine Lampe irgendwie platzt oder bricht, dann hat man direkt das nächste Gesundheitsproblem in der Luft. Wenig überraschend ist so eine Lampe jetzt hier bei mir auf dem Tisch gelandet. Die hier, die ist nicht so ideal für das, was ich vorhabe. Hat eine sehr kurze Wellenlänge, macht also relativ viel Ozon und hat wenig direkte Desinfektionsleistung. Aber es müsste für meine Zwecke noch ausreichend sein und sie lag halt gerade noch hier rum. Zur Lampe, da gehört dann noch ein passendes Treiberboard, denn hier so kriegen wir das nicht ans Laufen. Das sieht hier so aus. Wir sehen schon die Beschriftung 5 Volt. Das dürfte dann klar sagen, was denn hier ran soll. Auch sonst Out-In. Da kann man nicht ganz so viel falsch machen, zumal halt der Stecker auch nur an einer Seite passt. Aber wollen wir doch erst mal verstehen, wie das Ganze hier funktioniert. Denn wie wir sehen können, viel ist hier nicht drauf. Denn die einzigen Komponenten, die wir hier haben, sind die einen Ausgangsdinger, ein Trafo in der Mitte und wahrscheinlich eine Spule, die hier sitzt. Auf der Rückseite haben wir noch ein bisschen mehr, aber auch nicht ganz so viel. Wir haben drei Kondensatoren, zwei Widerstände und zwei Transistoren. Das war's. Mehr ist hier tatsächlich nicht da. Mehr braucht es aber auch nicht wirklich, denn man ist jetzt hier nicht ganz so genau. Wir haben hier die 5 Volt, die reinkommen mit einem Kondensator zum Filtern. Von da aus geht es dann über die Spule, die wir oben haben, auf den Trafo drauf. Und wir sehen schon, der hat hier auf der einen Seite sehr viele Windungen. Das sind einmal drei Windungen, die zusammenhängen. Also eine Windung mit einem Mittelabgriff und einmal eine Windung, die komplett durchgeht. Die mit dem Mittelabgriff. Bei der Mitte steht dann unser Plus müsste es sein dran. Die beiden äußeren Seiten von der Windung werden jeweils über die Transistoren gegen Ground gezogen, wenn Bedarf ist. Und diese beiden Transistoren, die brauchen natürlich noch eine Basis. Und das läuft dann so ab, wenn wir den Strom einschalten, kommt auf beide Basen hier Strom drauf. Einer schaltet aber zuerst an, zieht dann entsprechend die eine Stelle hier runter von der Hauptentwicklung hier. Dadurch wird wiederum Strom in diese äußere Windung eingekoppelt und zwar sozusagen rückwärts. Das sorgt dafür, dass der Transistor, der gerade durchgeschaltet hat, seine Basis verliert und im Gegenzug der andere angeht. Und so schwingen wir dann die ganze Zeit hin und her. Kriegen dadurch natürlich auch eine AC Spannung. AC ist ja das, was so ein Trafo braucht. Und der hat dann ein entsprechendes Windungsverhältnis. Kommt auf der Gegenseite hier hinten raus, auf den beiden Pins hier oben und unten. Und die liegen dann hier am Ausgang an. Einziger Unterschied hier ist noch ein Kondensator drin. Einfach um DC zu blocken, sodass wir wirklich nur AC Spannung hinten rauskriegen. Wie gesagt, müssten ein paar hundert Volt sein. Das ist so das, was ich erwarte. Und theoretisch können wir dann damit hier die Lampe zum Leuchten bringen. Praktisch werde ich mir jetzt erstmal eine andere Kamera holen und mich in Sicherheit begeben, bevor ich hier irgendwas anschalte. Denn ich will gar nicht wissen, wie viel die Leistung hier die Lampe hat. Dürfte ein paar Watt haben und das möchte ich jetzt vielleicht nicht direkt in den Augen haben. Also langes Kabel dran, das Ganze in einen anderen Raum verfrachtet. Und ich habe jetzt hier noch eine Pappkiste drum, dass auch in dem Raum nicht direkt meine ganzen Geräte hier bombardiert werden. Und das sieht doch schon mal gut aus. Wir sehen diesen typischen Cyan-Glühen. Ist ein relativ dunkles Licht. Warum? Naja, das hier ist halt nur so ein Abfallprodukt. Das sichtbare Licht, was wir jetzt hier haben, das ist nicht das, wo die Hauptleistung rauskommt. Wie gesagt, UV ist für das menschliche Auge ja nicht wahrnehmbar. Was die Leistung angeht, ich sehe jetzt bei 5 Volt etwa 400 Milliampere. Das wären 2 Watt. Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass der Treiber nicht unbedingt effizient ist. Also ich würde so schätzen, 1 Watt, vielleicht 1,5 wird am Ende die Röhre hier haben. Und wie schon gesagt, auch davon geht nicht alles in UV rein. Erst recht nicht in die Bereiche, die desinfizieren. Also ne, überschaubare Leistung. Aber das heißt nicht, dass sie nicht wirkt. Ich habe jetzt hier in diese Papppackung mal ein Salatblatt reingemacht und ihr seht vielleicht, ich habe das so noch teilweise in so eine schwarze Plastikfolie eingepackt. Das heißt also, es wird nur ein Teil vom Salatblatt bestrahlt. Also klingt gut. Machen wir die Lampe mal wieder an und lassen das Ganze jetzt mal so, keine Ahnung, Viertelstunde ungefähr stehen. Und nach der Viertelstunde? Ja, ich glaube, man kann deutlich erkennen, dass da definitiv nur ein Teil bestrahlt wurde. Wenn wir hier gucken, der untere Teil deutlich dunkler. Der obere Teil sieht im Prinzip noch aus wie ein Salatblatt. Und wenn wir hier auch mal auf eine Stelle näher herangehen, da sieht man schön die Linie, wo entsprechend das Plastik dann dran war. Und das ist genau dieser Effekt. Rechts, wo bestrahlt wurde, sind die Zellen angegriffen, teilweise zerstört. Links ist alles noch normal. Und das ist jetzt auch wirklich, dass da was beschädigt ist. Also das ist nicht einfach nur, keine Ahnung, Sonnenbrand für Pflanzen sozusagen. Wenn wir das nämlich mal so ein bisschen später gucken, dann sehen wir, der untere Teil, der ist halt wie ein Salatblatt, was ein bisschen was lag. Und der obere, der ist komplett vertrocknet, fällt quasi auseinander. Und wir sehen hier schön diesen Bereich, wo das getrennt war, wo entsprechend bestrahlt wurde, wo nicht. Ja, ich hoffe, es ist jetzt klar geworden, was denn UV ist, was es für unterschiedliche UV-Arten gibt und wofür man gerade UV-C halt in den verschiedenen Arten nutzen kann. Wie gesagt, das hier ist eine Dual-Lampe, die macht sowohl UV-Strahlung zum Abtöten als auch theoretisch Ozonen, wobei ich jetzt nicht wirklich viel messen konnte. Und ja, auch wenn es halt schön aussieht mit der Farbe hier, man sollte definitiv nicht reingucken und das blaue Licht auslassen. Für die Haut ist es definitiv nicht gesund, solange die Lampe das tut, was es soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.